Musik Leute, das ist das Jugendzentrum. Magst du dir mal kurz vorstellen? Wie geht's euch? Super! Freut ihr euch schon? Super! Tschüss! Tschüss! Magst du dir mal kurz vorstellen, Jungs? Ja. Wie sieht es aus? Wie seid ihr? 23. Du? Und du? Ja. Super! Servus Leute aus dem Jugendzentrum. Aus welchem Bezirk? Welches Jugendzentrum? Unterkring. 20. Super! Magst du dir mal vorstellen, welches Jugendzentrum ihr seid? Donaustadt. Donaustadt. Du? Genau so. Entschuldigung die Verstörung. Welches Jugendzentrum sitzt da? Donaustadt. Donaustadt. Bleibt mich. Viel Spaß noch. Hi Leute. Ja. Welches Jugendzentrum? Sittmann. 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 Römerweg. Römerweg. Wie geht's euch? Sittmann. Welches Jugendzentrum? Alterla. Alterla. Schusslicht. Super. Sind auch Leute aus dem Jugendzentrum? Na ja. 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 Super, dass ihr alle gekommen seid. Du willst uns ziemlich beeilen, weil wir nur 2,5 Stunden Nettozeit haben? Brutto. Hier sind sie und haben meine Skischuhe in der Größe an der Grau gestellt. Jungs ziehen sich gerade aus. Oh nein. Oh nein. Wir machen so immer. Die lieber sich jungen ziehen. Gähcele! Gähäle Pozzinuten. Gehäle Pozzinuten. Fie scene! Gähäle Pozzin Stars姑ußin extra. Gä letztendurt zutvastственn veie. Cäsongesz tutte 192 cm. Gähäle Pozzinu. Gähäle Pozzinensä. Was ist das? Hahahaha